Warum kann ich eigentlich, wenn ich direkt aufs Wasser schaue, direkt den Boden sehen? Und manchmal das Spiegelbild der Landschaft. Komisch. Warum das so ist, das erklären wir hier. Wiederholen wir anfangs nochmal kurz das Brechungsgesetz von Snellius. Das wird ausführlich in diesem Video erklärt. Das Brechungsgesetz lautet N1 mal Sinus von Alpha ist N2 mal Sinus von Beta. Wie stark das Licht gebrochen wird, hängt von den jeweiligen Brechungsindizes N ab. Und jedes Material hat seinen eigenen Brechungsindex. Bei Luft ist er ca. 1, bei Wasser ca. 1,3. Soviel zur Wiederholung. Stellen wir jetzt mal 2 bis 3 Überlegungen zur Totalreflexion an. Totalreflexion bedeutet, dass alles reflektiert wird. Senden wir einen Lichtstrahl aus, so darf er also nicht über die Grenze zwischen beiden Medien hinüber. Bei uns ist der Lichtstrahl das Gelbe. Und er darf nur in den grünen Bereich reflektiert werden. Der rote Bereich ist tabu. Legen wir dazu mal das Lot in unsere Skizze. Das Lot liegt immer im rechten Winkel auf der Grenzfläche. Solltet ihr kennen. Unser Einfallswinkel ist des Lichts nun Alpha. Und unser Ausfallswinkel muss für die Totalreflexion mindestens 90 Grad sein. Denn für 90 Grad Ausfallswinkel Beta geht das Licht nicht mehr durch die Grenzschicht, sondern verläuft parallel zu ihr. Super. Das gilt nämlich schon als Totalreflexion. Der Ausfallswinkel muss mindestens 90 Grad sein. Das ist der Grenzfall. Und der ist ganz wichtig. Ab hier wird dann kein Licht mehr gebrochen, sondern nur noch reflektiert. Natürlich kann Beta auch größer als 90 Grad sein. Dann wird das Licht immer noch reflektiert. Wenn Beta unter 90 Grad ist, wird das Licht gebrochen und es kann in das andere Medium eindringen. Deshalb ist es immer ganz interessant zu wissen, wann zwischen zwei Medien der Grenzfall erreicht ist. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Wir haben eine Lampe in einem See in einer Höhle. Die Lampe soll die ganze Höhle ausleuchten. Ab welchem Öffnungswinkel Alpha der Lampe passiert das? Wir brauchen auf jeden Fall den Grenzfall der Totalreflexion. Denn ab da wird der Lichtstrahl dann um 90 Grad an die Wände der Höhle geleitet. Also das ist der Fall, den wir jetzt herausfinden wollen. Wir wollen jetzt das Alpha finden, ab dem die Lichtstrahlen den Grenzfall erreichen und parallel zur Grenzschicht bis an die Wände der Höhle geleitet werden. Weil dann ist die ganze Höhle ausgeleuchtet. Für den Grenzfall gilt Beta gleich 90 Grad. Wasser hat ein N von 1,33 und Luft von circa 1. Perfekt! Dann haben wir alles, was wir brauchen, um jetzt Alpha zu berechnen. Einfach alles schnell in Snellius eingesetzt. Beta muss wie gesagt 90 Grad sein, seht ihr auch in der Skizze. Es gilt N Wasser mal Sinus von Alpha gleich N Luft mal Sinus von Beta. Drückt kurz Pause und macht euch das anhand der Skizze klar. Dann setzen wir alles ein. N Wasser ist 1,33, Alpha ist gesucht, N Luft ist 1 und Beta ist wie gesagt 90 Grad. Sinus von 90 Grad ist 1. Das gilt immer für den Grenzfall der Totalreflexion. Also steht da Sinus von Alpha gleich 1 durch 1,33. Formen wir das Ganze nach Alpha um. Also einfach dem Akus Sinus nehmen. Und zwar von 1 durch 1,33. Der Akus Sinus ist einfach Sinus hoch minus 1 auf eurem Taschenrechner. Und wir kommen auf 48,75 Grad. Wenn die Lampe einen Öffnungswinkel von 48,75 Grad hat, dann kann die ganze Höhle beleuchtet werden. Weil der Grenzfall der Totalreflexion des Lichts direkt an der Oberfläche an die Höhlenwand leitet. Fassen wir das alles nochmal kurz zusammen. Für die Totalreflexion wollen wir, dass kein Licht mehr über eine Grenzfläche geht. Da das vom Einfallswinkel abhängt, betrachten wir mit dem Snelliuschen Brechungsgesetz den Grenzwall. Wir suchen den Einfallswinkel, bei dem das Licht parallel zur Grenzschicht läuft. Dort gilt Beta ist 90 Grad. Und Sinus Beta ist somit 1. Alles in Snellius rein und noch die Brechungsindizes N eurer beiden Medien und fertig. Alles unter dem Winkel Alpha wird größtenteils gebrochen und geht durch die Grenzschicht. Und alles über Alpha wird total reflektiert. Wenn ihr euch weiter durch die Optik durcharbeiten wollt, dann empfehlen wir euch direkt unser nächstes Video. Hier geht es um konvexe Linsen und die Abbildungsgesetze dazu. Also um den Brennpunkt, Brennweite, Bildweite und was eben dazu gehört. Wenn wir nun auf einen Fluss schauen und sich die Stadt spiegelt, dann hat das auch mit der Totalreflexion zu tun. Das Bild wird einfach gespiegelt. Und ob der Fluss, die Stadt spiegelt oder ob ihr bis auf den Grund schauen könnt, hängt auch vom Beobachtungswinkel ab. Also jetzt wisst ihr Bescheid, vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn es euch gefallen hat, haut rein und macht's gut. Ciao!